Mal was bei Zuna reingeht. Raus geht Kuss. Raus geht Kuss, oder? Überleg mal, ich hab schon zweimal... Wollt ihr sehen? Warte mal. Chat zeigen. Hier ist das mit meiner Ex-Freundin. Das willst du nicht sehen, gell? Ne. Warte mal. Alles online. Alles online. Mal kurz reingeswappt. Blackbox 3410. Dankeschön für den dritten Monat. Ries ab Kuss. Regi, steht es fest, oder wie der ArcGiltz? Keine Ahnung. Das gibt Stress gleich. Tue es nicht. Zuna jetzt auch hier am Schreiben. Versteht mich. Danke, aber einen juckt es nicht. Ich hab ja extra die Szenen nur kurz, dass die Leute sehen. Beziehung läuft nicht mehr lange. Magst du mehr Jungfrauen? Denn ich bin wie eine. Oben eine Schönheit und unten bestehe ich nur aus Schwanz. Das glaub ich aber nicht. Schrei mich nicht danach aus. Danke. Digga, no joke. Der Spruch ist eigentlich, bist du eine Meerjungfrau? Weil ich bestehe zur Hälfte aus Schwanz. Das ist eigentlich der Joke. Headset. Das war wohl nichts. Frauen, sobald sie Mochi sehen. Wiederschauen. Und reingehauen. Oh Junge, der fällt. If it is on the inside, it can break your thumb during the impact. Mann, Alter. No joke. Wie oft muss ich diesen scheiß Clip noch sehen? Wie oft muss ich diesen verfickten Clip noch sehen? Digga, das ist mir so peinlich. Das ist mir so unfassbar peinlich, Bro. Junge, wie oft? Wie oft noch? Do this with both hands. You now wanna place your fists halfway between your chest and your hips. Oh, das ist so unangenehm. No joke. Das ist so fast unangenehm. Ach, Digga! Du wurdest voll verarscht Revy. Wie schafft ihr das, Digga? Wie schafft ihr das, Mann? Ah, sehr 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 peinlich. Habe ich auch auf TikTok gesehen. Wir haben vier Millionen Leute auf TikTok gesehen. Das ist so cringe, Digga. Das ist so unangenehm. Du musst dir vorstellen, wie unangenehm das ist, Bro. Das ist so fucking unangenehm. Das ist so fucking unangenehm. Grillen mit Amar und Micky. Wie sehe ich mit Cappy aus? Skala von 1 bis 10. Ne. Okay. Nochmal? Ich glaube, Micky kann gar keine Cappy anziehen. Versuchen Nummer 2. Oh, Digga, Micky. Wieso steht bei Amar einfach eine Flasche mit einem Back... äh, Back... 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 Backplack auf dem Tisch! Eine Flasche mit einem Backplack auf dem Tisch! Hier! Das ist umdenken, was man sich normalerweise in den Arsch steckt. Das ist für... in den Arsch zu stecken. Wieso hat der sowas, Digga? Das ist keine Bon. Das ist eine Backplack... äh... Flasche. Die steckt man sich in den Arsch! Äh... Nein, Digga. Wie oft weißt du deine Gurke? Sei ehrlich. Wie oft weißt du deine Gurke, Bro? Fuckin' unangenehm, Digga. Fuckin' unangenehm, Mann. Hä? Ja, ja. Ach so. Sogar? Ja. Nee. Doch. Wer ist das rechts? Doch. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Wir haben etwas sehr Merkwürdiges aufzuklären. Etwas sehr Merkwürdiges? Nein. Doch. Jetzt kommen wir leider zu einer traurigen Nachricht. Die werde ich gleich mal auslegen. Ich habe, warum auch immer, aus dem Nichts. Ich bin eines Abends nach Hause gekommen. Auf einmal habe ich eine Milliarde Ameisen bei mir in der Wohnung. Die hängen irgendwo bei mir auf dem Schreibtisch rum. Versuchen an meiner Cola rum zu nimmeln. Digga, du hast doch für nicht bezahlt. Das ist Diebstahl. Und dafür werde ich dich anzeigen. Imagine. Imagine, du zeigst einfach eine... Digga, stell dir vor, du gehst wirklich zur Polizei und willst einfach eine Ameise anzeigen. Bro, so fucking unangenehm. So fucking unangenehm. Holy shit, Digga. Imagine, du zeigst eine Ameise an. Sie werden beschuldigt, Tanzverbots Cola geklaut zu haben. Was sagen Sie dazu? RTL ist live. Wir werden jetzt stürmen. Udo Gümpel ist für uns in Rom. Udo, gerade noch Pandemie. Jetzt EM mit ein paar tausend Zuschauern. Auch um sie herum einige. Wie fühlt sich das an? Das fühlt sich wunderbar an. Wir sind hier mitten. Wir türkischen Fans, die praktisch alle aus Deutschland kommen. Und wir sind begeistert. Wir Türke wollen ihn immer umbringen. Digga, das erst geschafft hat da. No joke. N-D-N-D-N-D-I-D-K. Auf wen wichst du? Bitte beantworte für's Streamen. Also niemanden, den ich kenne auf jeden Fall. Keine Ahnung. Wenn. Gibt halt so Videos im Internet, die kann man sich umsonst angucken. Ich glaube... Alter, das Paluten sowas überhaupt... Was überhaupt... Das Paluten sowas überhaupt beantwortet, Digga. What the fuck? Was ist denn das? Ja, das ist genau. Aber ja... Was kommt denn jetzt? Es ist Paluten. Gibt es Milliardäre, die nicht so reich sind? Digga, Digga. Und Clip, aah! Fickt es, aah! Er hat's nicht versprochen, aah! Yeah! Ich glaube, Revy braucht Urlaub. Hier hast du einen Ventilator, um wieder einen kühlen Kopf zu bewahren beim nächsten Stream. Dankeschön. Sie sind so selten. Ihre Lebensweise so besonders, dass sie unter ständiger Kontrolle von Wissenschaftlern stehen. Please help me. Und bei Kevin ist ja gerade was vorgefallen. Und er hat ja Post vom Vermieter bekommen. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe eine Absage von der Wohnung bekommen. Mit der Begründung, schlechte Erfahrungen mit Leuten aus ihrer Branche. Bitte. Der Brauch ist doch übertrieben entspannt. Der Brauch ist doch so entspannt. Das ist der Trick, deshalb müsst ihr sie einfach kaufen. So wie ich. Ah! Ich habe die Wohnung nicht bekommen. Wegen Kevin, Digga. Ich habe gar nichts gemacht. Sehr, sehr stark, sehr, sehr stark, sehr, sehr, sehr stark.